Hallo Kameraden! Ein deutscher Schäferhund gibt nicht Pfötchen, er salutiert. Ein deutscher Schäferhund appotiert nicht, er holt zurück, was ihm gehört. Ein deutscher Schäferhund schläft nicht auf dem Sofa, er besetzt es. Ein deutscher Schäferhund bellt nicht, er befehlt. Ein deutscher Schäferhund schläft nicht, er bewacht die Innenseite seiner Augenlider. Ein deutscher Schäferhund geht nicht, Gassi, er rückt aus. Ein deutscher Schäferhund pinkelt nicht, er markiert die Grenzen des Reiches. Ein deutscher Schäferhund geht nicht zum Tierarzt, er geht ins Lazarett. Ein deutscher Schäferhund wird nicht gekauft, er wird rekrutiert. Ein deutscher Schäferhund gräbt nicht nach Knochen, er hebt Schützengräben aus. Ein deutscher Schäferhund macht keine Häufchen, er platziert Minen.